Mit einem deutlichen Sieg im Relegationshinspiel konnte sich Fortuna Düsseldorf eine gute Ausgangslage für das Rückspiel und für eine Rückkehr in die Bundesliga verschaffen, denn man konnte tatsächlich mit 3 zu 0 auswärts beim noch Bundesligisten VfL Bochum gewinnen und in diesem Video analysiere ich, wie ihnen das gelungen ist. Bochum hatte über das ganze Spiel gesehen mehr Spielanteile bzw. vor allem mehr Ballbesitz. Klar kann natürlich auch aus dem relativ frühen Tor von Düsseldorf resultieren, dass sie dann einfach mehr machen mussten, aber genau das hat der Fortuna halt komplett in die Karten gespielt, denn wie ich finde war der Schlüssel zum Erfolg auf jeden Fall deren Struktur gegen den Ball. Da haben sie nämlich ziemlich diszipliniert in einem 4-1-4-1 verteidigt und so vor allem das Zentrum kompakt gehalten, mit dem alleinigen Sechser auch immer wieder Spieler zwischen den Linien gut aufgenommen, sodass Bochum sich wenig kreieren konnte. Aber ich gehe jetzt nochmal ein bisschen näher drauf ein, ihr habt jetzt im Hintergrund ein paar Szenen in dem 4-1-4-1, also das war schon ganz klar der defensive Plan. Je nachdem wie hier, hatte man dann auch mal zwei Sechser, um halt dementsprechend auf das Bochumer Spiel zu reagieren, wo die halt ihre Spieler positioniert haben, um die entsprechend aufzunehmen und kein Durchkommen zu erlauben. Entscheidend ist dabei aber auch auf die Struktur der Bochumer im Ballbesitz einzugehen. Die haben zwar aus einer 4er-Kette heraus gespielt, dann aber meistens Rechtsverteidiger Passlaqui hier hochgeschoben und dann eben aus einem 3er-Aufbau heraus agiert, meistens ein 3-1-Aufbau. Somit hattest du dann im Zentrum vor der 3er-Kette einen Spieler mit Béreau, was ich ein bisschen schwierig fand. Der hat ja zuletzt, wenn er überhaupt gespielt hat, eher über den Flügel gespielt oder eher als offensiver Achter. Jetzt als Aufbauspieler, sogar als Alleiniger hier in der zweiten Linie, fand ich ein bisschen schwierig. Und er hatte da durchaus Probleme, weil die Düsseldorfer es aber auch gut gemacht haben, haben oft die Passwege geschlossen und so war es dann schwierig für Bochum, das Spiel wirklich nach vorne zu bringen. Düsseldorf hat nur sehr selten extrem hoch gepresst. Meistens hat man sich direkt wieder fallen lassen in einem Mittelfeldpressing, da dann aber durch aktives Anlaufen dafür gesorgt, dass man nicht allzu weit hinten reingedrängt wurde und meistens in dem Mittelfeldpressing drinbleiben konnte und je nachdem auch Ballgewinne erzielen konnte. Vor allem im Zentrum muss man hervorheben, da waren sie extrem zweikampfstark. Vor allem, weil Trainer Thun mit Sobotka, Tanaka und Engelhardt eigentlich drei Sechser aufgestellt hat, wovon jeweils nur einer die klassische Sechserposition bespielen konnte, während die anderen zwei eher als Achter agiert haben. Aber wie gesagt, warst du dadurch vor allem gegen den Ball extrem stark aufgestellt. So haben gerade die Achter einen echt guten Job gemacht, immer wieder den Gegner aktiv angelaufen. Gerade wenn zum Beispiel, wie hier in dem Beispiel, Stöger sich mal fallen lassen hat, direkt aufgenommen. Und generell haben sie einfach die Passwege ins Zentrum zwischen den Linien, also zwischen Abwehr und Mittelfeld von Düsseldorf, echt gut geschlossen. Wodurch sie dafür gesorgt haben, dass der Bochumer Unterschiedsspieler mit Kevin Stöger fast nur über ruhende Bälle Gefahr erzeugen konnte. Selbst hier in der zweiten Halbzeit sieht man es ganz gut, Bochum weiter in dieser 3-1 Struktur. Stöger lässt sich aus dem Zentrum mal raus auf den Flügel fallen. Allerdings, das Vierermittelfeld von Düsseldorf bleibt komplett kompakt, sodass da kein Pass durchgehen kann. Während der Sechser, in dem Fall war es glaube ich Engelhardt, rauszieht und Stöger zumacht. Also das hat wirklich im Kollektiv echt gut funktioniert auf Düsseldorfer Seite. Zusätzlich haben sie mir auch im Ballbesitz gefallen, sonst schießt er auch keine drei Tore. Und das schauen wir auch hier mal von hinten heraus an. Da hat man im Spielaufbau wie gewohnt Kastenmeier mit einbezogen. Dann hattest du die zwei Innenverteidiger, die relativ weit auseinander gestanden sind. Die Außenverteidiger sind im Tiefenaufbau meistens etwas hochgeschoben, weil man häufig ja auch dann mit langen Bällen hinten raus agiert. Der Sechser war meistens im Ballbesitz Tanaka. Gegen den Ball hat das durchaus variiert. Da konnte auch mal so Bodka oder Engelhardt den alleinigen Sechser spielen. Aber mit Ball ist Tanaka einfach so stark, dass er meistens der alleinige Sechser war, kam dann kurz entgegen. Somit hattest du dann inklusive des Torwarts auch meistens eine Überzahl, um das Bochumer Pressing zu überspielen. Situativ konnten auch die Achter Engelhardt und so Bodka unterstützen. Aber meistens hat man hinten raus eher lange Bälle vorbereitet, ist dann auf den zweiten Ball gegangen, vor allem auch mit den zwei Achtern. Und im etwas höheren Ballbesitz hat sich dann ganz klar die 4-3-3-Struktur gezeigt. Die Außenverteidiger nicht mehr ganz so hoch, einfach um bei Ballverlust eine gute Restverteidigung zu haben. Häufig hat man auch die beiden Achter jeweils weit rausgezogen, also auf den Flügel, um halt eben die Gegenspieler zu binden und dadurch Passwege ins Zentrum zu öffnen. Da habe ich jetzt kein passendes Bild dazu aus dem Spiel heraus gemacht. Aber das war auf jeden Fall auch nochmal ein Muster, das ich hier erwähnen wollte. Wenn wir mal zu den Toren übergehen, so war das 1-0 natürlich relativ glücklich. Man muss aber sagen, dass sämtliche Standards von Jollis extrem gefährlich wurden, vor allem die Eckbälle und so fiel dann hier eben bei dem ersten Eckball, glaube ich, das 1-0. Dann lief das Spiel natürlich auch so ein bisschen zugunsten der Fortuna. Man konnte eher ein bisschen tiefer stehen und vor allem über Umschaltsituationen dann gefährlich werden. Soll aber an der Stelle nicht schmälern, dass man auch aus dem eigenen Positionsspiel heraus immer mal wieder gefährlich wurde. Auch Lute hat da einmal eine gute Parade, ich glaube gegen Klaus. Hier aber ist es ein Konter. Jollis bringt einen starken Ball rechts raus auf Klaus, der das 2-0 markiert. Und dann hatte man wirklich eine Drangphase, macht das 3-0 hier einen Freistoß. Natürlich geht er auf die Kappe von Lute, aber auch gut wie Engelhardt nachläuft. Und Düsseldorf blieb dann tatsächlich dran. Man hätte sogar fast das 4-0 machen können oder müssen. Man hatte noch weitere Chancen, ist aber letztendlich nicht geschehen. Aber der Sieg geht auf jeden Fall klar. Ich würde auch sagen, in der Höhe, auch wenn Bochum hin und wieder ihre Aktionen hatten. Zweimal Aluminium getroffen, aber ich fand, Düsseldorf hat es echt schon sehr stark gemacht. Kevin Stöger, so gut es ging zumindest, aus dem Spiel genommen. Klar hatte er dennoch immer wieder seine Aktionen. Aber das ist auch einer der besten Bundesligaspieler. Da kann man natürlich nicht alles verhindern. Aber insgesamt gesehen wirklich eine Top-Leistung von Düsseldorf und eine überragende Ausgangslage. Das sollte man sich auf keinen Fall mehr nehmen lassen, während es auf Bochumer Seite natürlich schon recht düster aussieht. Man hat auch kaum Anpassungen vorgenommen in dem Spiel, weit aus der 3-1 Struktur heraus aufgebaut. Und so war es dann natürlich schwierig, irgendwie nochmal Zugriff zu bekommen. Deshalb meiner Ansicht nach ein komplett verdientes Ergebnis. Ich bin gespannt auf das Rückspiel, ob es vielleicht doch nochmal spannend wird. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Wem habt ihr überhaupt die Daumen gedrückt? Düsseldorf oder doch Bochum? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.